Premium Light LED-Lampen Technik Einleitung Die Glühlampe hat ausgedient, trotz ihres gemütlichen Lichts. Zum Verhängnis wurde ihr ihre geringe Energieeffizienz. Und weil die EU darum bemüht ist, den Energieverbrauch in Haushalten zu senken, wurden zwischen 2009 und 2012 Glühlampen schrittweise vom Markt genommen. Ungefähr 10% des Stromes werden in privaten Haushalten für die Beleuchtung aufgewendet, in Büros und Gewerbebauten teilweise über 30%. Neue Lampentypen eröffnen für den Übergang von der energiehungrigen Glühlampe zur energiesparenden Lampe Alternativen. Lichttechnische Begriffe Lichttechnisch unterscheiden sich Lampen in der Menge und der Qualität des produzierten Lichts. Wie viel Licht und mit welchem Aufwand eine Lampe produziert, darüber geben die Angaben zum Lichtstrom und zur Leistung Aufschluss. Für die Qualität des Lichts sind die Lichtfarbe und die Farbwiedergabe entscheidend. Die für den Verbraucher wichtigsten lichttechnischen Begriffe sind also Lichtstrom, Lichtfarbe und Farbwiedergabe. Die Angaben dazu ermöglichen dem Verbraucher, Vergleiche herzustellen und sich für das passende Produkt zu entscheiden. Seit der Glühlampe wird die Helligkeit einer Lampe mit der Wattzahl in Verbindung gebracht. Da aber die energieeffizienten Lampen, die LED-Lampe und die Energiesparlampe, deutlich weniger Energie verbrauchen, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen, ist die Wattzahl als Indikator für die Lampenhelligkeit nicht länger relevant. Entscheidend ist der Lumenwert. Lumen ist die Einheit für Lichtstrom, für die von einer Lampe produzierte Menge von Licht. Beispiel, eine 60 Watt Glühlampe erzeugt Licht mit einer Helligkeit von 720 Lumen. Eine LED-Lampe benötigt nur etwa 10 Watt, um die vergleichbare Lichthelligkeit zu erzeugen. Auch wenn die Angabe für den Lichtstromwert beider Lampentypen höher ist, im Laufe der Nutzung verlieren sie an Helligkeit. Mit einem höheren Lichtstromwert wird sichergestellt, dass auch über die Produktlebensdauer hinweg die gewünschte Helligkeit zur Verfügung steht. Lichtfarbe und Lichthelligkeit sind wichtige Mittel zur Raumgestaltung. Aber nicht nur aus diesem Grund sollte man bei der Lichtplanung über die geeignete Lichtfarbe nachdenken. Lichtfarbe beeinflusst die Stimmung und somit auch die Leistung des Menschen. Bei der Lichtfarbe von Lampen kann gewöhnlich zwischen warmweißem, neutralweißem und kaltweißem Licht gewählt werden. Warmweißes Licht wird als gemütlich empfunden, neutralweißes als neutral und kaltweißes als technisch. Die Lichtfarbe wird durch die Farbtemperatur in Kelvin ausgedrückt. Bei maximal 3300 Kelvin ist warmweißes Licht im gelblichen Farbton. Ein hoher Kelvinwert von mindestens 5300 Kelvin entspricht Tageslichtweißem Licht. Der Bereich zwischen 3300 und 5300 Kelvin entspricht neutralweißem Licht. Je höher der Kelvinwert, desto höher der Anteil von blauem Licht. Die biologische Wirksamkeit dieses Lichts zeigt sich in der Erhöhung der Aufnahmebereitschaft und der Aufmerksamkeit. Warmweißes Licht entspannt. Wie naturgetreu Farben unter dem Licht einer Lampe erscheinen, ist nicht von der Farbtemperatur, sondern von der spektralen Zusammensetzung des von einer Lampe erzeugten Lichts abhängig. Nach dieser richtet sich die Farbwiedergabe der Lampe. Die Qualität der Farbwiedergabe wird mit dem sogenannten Farbwiedergabeindex RA gemessen. Klassische Glühlampen und Halogenlampen haben den maximalen Farbwiedergabewert von 100. LED-Lampen. LEDs sind lichterzeugende Dioden. Die Diode ist ein elektronisches Bauteil aus Halbleitermaterial. Fließt durch dieses Strom, entsteht Licht. Allerdings nur monochromatisches, also zum Beispiel rotes, grünes oder blaues. Kein zusammengesetztes weißes Licht. Dieses entsteht so, dass eine blaue LED mit einer gelblich fluoreszierenden Schicht überzogen wird und aus blau weiß wird. Beim Betrieb entsteht zwar keine Wärme durch den Lichtstrahl, aber sie entsteht vor allem am Sockel und muss abgeführt werden, damit die Lampe nicht überhitzt. Durchdachtes Design und eine geeignete Platzierung vermeiden eine Überhitzung. Die Diode kann klein verbaut werden und ermöglicht deshalb ganz neue Lampendesigns. Für den Gebrauch im privaten Haushalt sind LED-Lampen in nahezu jeder Form verfügbar. Die gängigsten sind die klassische Glühlampenform und LED-Reflektorlampen als Spotbeleuchtung. Wird die LED-Lampe als Ersatz für die Glühlampe genutzt, ist der Ausstrahlungswinkel zu beachten, denn dieser ist nicht automatisch 360 Grad wie bei der klassischen Glühbirne. LED-Reflektorlampen sind für die Spotbeleuchtung erste Wahl. Alle Vorteile der LED kommen dieser Beleuchtungsart zugute. Die Vorteile von hochwertigen LEDs. Sie sind gut fünfmal effizienter als eine Glühlampe und haben eine bis zu 25mal längere Lebensdauer als diese, haben eine gute Farbwiedergabe, garantieren sofortige, vollständige Leuchtkraft, zeichnen sich durch gute Dimmbarkeit aus, enthalten kein Quecksilber. Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren bestehen aus einer mit Gas gefüllten Glasröhre, die geringfügig Quecksilber enthält. Unter Spannung, die durch ein Vorschaltgerät geleitet wird, erzeugt das Gasgemisch UV-Licht. Durch die fluoreszierende Beschichtung der Lampenröhre wird das UV-Licht in weißes Licht umgewandelt, dessen Farbe von der Beschichtung und von der Gasfüllung abhängig ist. Das Vorschaltgerät ist entweder Teil der Lampe oder als externes Bauteil in der Beleuchtungsanlage angebracht. Energiesparlampen mit integriertem Vorschaltgerät, auch Kompaktleuchtstofflampen genannt, gibt es in drei typischen Formen. In gebogener Stab- oder Spiralform und in Glühlampenform. Die Glühlampenform büßt durch die doppelte Glasschicht leicht an Effizienz ein. Energiesparlampen sind auch als Reflektorlampen erhältlich, allerdings überwiegen die Vorteile der LED-Reflektorlampen. Leuchtstoffröhren haben ein externes Vorschaltgerät. Leuchtstoffröhren erzeugen helles Licht. Hochwertige Energiesparlampen sind vier bis fünfmal effizienter als Glühlampen und haben auch eine bis zu 15mal längere Lebensdauer. Sie sind als effiziente und relativ günstige Lampen für die allgemeine Beleuchtung geeignet, also überall dort, wo kein brillantes Licht, keine hervorragende Farbwiedergabe, kein gerichtetes Licht und keine Dimmung benötigt werden. Wichtig! Die Lampen benötigen etwas Zeit, um die volle Helligkeit zu erreichen. Soll die Lampe in einem Bereich mit hoher Aus- und Einschalthäufigkeit eingesetzt werden, muss eine sogenannte schaltfeste Lampe gekauft werden. Halogenlampen Halogenlampen sind durch halogeniertes Gas aufgewertete Glühlampen. Das Halogen ermöglicht eine höhere Glühtemperatur und macht den Glühfaden langlebiger. Wie die klassische Glühlampe zeichnet sich die Halogenlampe durch eine perfekte Farbwiedergabe aus. Auch der vertrauten Lichtfarbe der Glühlampe entspricht die Halogenlampe vollkommen. Etwas langlebiger und geringfügig energieeffizienter als die Glühlampe ist die Halogenlampe unterm Strich ineffizient. Der Energieverbrauch ist hoch, weil die meiste Energie in Wärme umgewandelt wird. Die Lebensdauer ist kurz. Hochwertige LED- und Energiesparlampen sind gegenüber Halogenlampen zwei bis viermal effizienter und haben eine zehn bis zwanzigmal höhere Lebensdauer. Die vorherrschenden Halogenlampentypen, die derzeit auf dem EU-Markt angeboten werden, sind Reflektorlampen mit GU10-Stiftsockel für Standard-Hochvoltsysteme oder mit GU5,3-Stiftsockel für Niedervoltsysteme. Halogenlampen in Glühlampenform mit dem großen E27 oder dem kleineren E14-Schraubsockel. Anwendung Energieeinsparung und Kostenvorteile Kosten und Strom, das sind die zwei wichtigsten Argumente für den Kauf einer energieeffizienten Lampe. Am besten schauen wir uns das anhand eines Beispiels an. So viel lässt sich im Durchschnitt gegenüber einer 60 Watt Glühbirne bei 10.000 Stunden Nutzung einsparen. Soweit so gut. Die Entscheidung, eine energieeffiziente Lampe zu kaufen, ist gefallen. Wann ist aber eine LED-Lampe besser geeignet als eine Halogenlampe? Bei dem großen Angebot an energieeffizienten Lampen kann es leicht dazu kommen, dass Kunden ohne entsprechende Beratung mit einer Lampe nach Hause gehen, die bei der Anwendung nicht die in sie gesetzte Erwartung erfüllt. Natürlich geht es auch anders. Mit der richtigen Beratung. Im Folgenden stellen wir Ihnen drei Schritte vor, mit denen Sie Ihren Kunden helfen, die richtige Lampe zu finden. Schritt 1. Im ersten Schritt klären Sie den Anwendungsbereich bzw. den Verwendungszweck. Also, Frage Nummer 1 lautet, in welchem Raum wird die Lampe eingesetzt? Sollen Gemütlichkeit und Entspannung in einem Raum dominieren, so ist eine warme Lichtfarbe zu wählen. Das heißt, eine Lampe mit einer Farbtemperatur zwischen 2500 bis 3500 Kelvin. Bei einem Arbeitsbereich, zum Beispiel der Arbeitsplatte in der Küche, ist eine kühlere Farbtemperatur bei ca. 4000 Kelvin geeignet. Wünscht ein Kunde eine Lampe mit einer Farbtemperatur über 4500 Kelvin, sollte ein kurzer Hinweis gegeben werden, dass dieses Licht als sehr kalt und grell empfunden wird. Frage Nummer 2. In welcher Leuchtenform soll die Lampe eingesetzt werden? Aufgrund unterschiedlicher Abstrahltechniken muss auch der Leuchtentyp geklärt werden. In der nachfolgenden Skizze sehen Sie die Lampen und die zugehörigen Leuchtentypen. Die neue Lampe soll nicht nur in die Leuchtenform passen, sondern auch in den Sockel. Es gibt alle möglichen Sockeltypen. Die gängigsten sind großer Schraubsockel E27 und kleiner Schraubsockel E14. In der folgenden Übersicht sehen Sie die unterschiedlichen Sockelarten. Nicht zuletzt sollte auch die Frage nach der Schalthäufigkeit und Betriebsdauer beantwortet werden. Soll eine Lampe häufig geschaltet werden, z.B. Flurlicht, so ist gute Schaltfestigkeit zu berücksichtigen. Äußerst geeignet sind für diese Anwendung hochwertige LED-Lampen. Schritt 2. Wie Sie bereits aus den vorherigen Kapiteln wissen, hat jede Lampe ihre eigenen Vorteile, Nachteile oder Beschränkungen. Im zweiten Schritt der Beratung informieren Sie den Kunden über die Qualitäts- bzw. Effizienzkriterien der Lampentypen. In der nachfolgenden Tabelle sind die Premium-Light-Kriterien noch einmal übersichtlich zusammengefasst. Die angegebenen Kriterien sind auf der Verpackung zu finden. Ebenso auf der Verpackung zu finden sind die Lampenparameter in Form von Symbolen. Auf jeden Fall ist die Angabe von Lumen und Watt da. Je höher der Lumenwert, desto heller das Licht. Aber welche Symbole sind noch angegeben? So z.B. die Umrechnung von Lumen in Watt einer vergleichbar hellen Glühlampe. Dabei ist auch die Lebensdauer in Stunden oder Jahren bei einem durchschnittlichen Betrieb pro Tag die Anzahl der Schaltzyklen, Länge und Durchmesser in Millimeter, sowie der Quecksilbergehalt in Milligramm. Zu den Standardangaben gehört ebenfalls die Anlaufzeit, die Angabe, ob die Lampe dimmbar ist und nicht zuletzt der Kelvinwert. Je niedriger der Wert, desto wärmer die Lichtfarbe. Nach der neuen Label-Verordnung, die im Herbst 2013 in Kraft getreten ist, müssen erstmals auch Spotlampen gekennzeichnet werden. Vom Label lässt sich die Energieeffizienzklasse und der Energieverbrauch einer Lampe je 1000 Stunden Brenndauer direkt ablesen. Die Energieeffizienzklasse wird auf Basis des Energieeffizienzindex EEI deklariert. Halogen-Glühlampen erreichen nur Klasse C bis B. B wird nur von Niedervolt-Halogenlampen erreicht. Energiesparlampen erreichen überwiegend Klasse A. Doppelverglaste Lampen können teilweise auch nur Klasse B aufweisen. Von Premium Light werden ausschließlich Lampen der Klasse A empfohlen. LED-Lampen erreichen Klasse A bis A+. Von Premium Light wird für LED-Klasse A empfohlen. Lampen der Klasse A++ sind derzeit noch nicht am Markt verfügbar. Schritt 3 Anhand der vorher vorgestellten Schritte sollte es möglich sein, dem Kunden die geeignete Lampe zu empfehlen. Als weitere Hilfestellung sind in der folgenden Tabelle die typischen Ersatzlampen zusammen mit den Vorteilen und den Einschränkungen abgebildet. Entsorgung Entsorgung Ausgediente LED- und Energiesparlampen gehören nicht in den Hausmüll. Dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz nach müssen Altlampen vom Verbraucher separat abgegeben werden. Das Gesetz verfolgt das Ziel, Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten zu vermeiden und den Abfall durch Wiederverwertung zu reduzieren. Dank Recycling können bei Lampen nämlich über 90% der Materialien wiederverwertet werden. Mittlerweile stehen Verbrauchern über 9500 Sammelstellen zur Verfügung. Weisen Sie Ihre Kunden auf die Abgabemöglichkeit hin. Da viele Kunden die Abgabe mit einem Einkauf verbinden, profitieren Sie doppelt. Wo soll die Sammelbox stehen? Am besten an einem sicheren Ort, wo sie nicht umgeworfen werden kann. Um Hitze zu vermeiden, sollte sie nicht in der Nähe einer Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung stehen. Mitarbeiter sollten die Sammelbox im Sichtfeld behalten, um unnötige Vermüllung und Missbrauch zu vermeiden. Sollte es passieren, dass eine Lampe zerbricht, ziehen Sie Einweg- oder Haushaltshandschuhe an, damit Sie sich nicht an den Glasscherben schneiden. Kehren Sie alle größeren Teile der Lampe zusammen. Um kleinere Stücke und Staub aufzunehmen, nutzen Sie ein angefeuchtetes Einweg-Haushaltstuch oder auch ein Klebeband. Verpacken Sie die Lampenreste in einen festverschließbaren Plastikbeutel oder Marmeladenglas und legen Sie sie in die Sammelbox. Als die Glühlampe vom Markt genommen wurde, sind mögliche Auswirkungen von verschiedenen Lampentechnologien auf die Gesundheit bzw. Umwelt in den Vordergrund getreten. Solche Auswirkungen können beispielsweise durch bestimmte chemische Verbindungen, die in den Lampen vorkommen, oder durch verschiedene Strahlungen erzeugt werden. Wie aber Studien bewiesen haben, sind die möglichen Auswirkungen gering, wenn nicht sogar vernachlässigbar, wenn die Lampen ordnungsgemäß benutzt und entsorgt werden. Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren enthalten Quecksilber, eine giftige Substanz. In den heutigen Lampen ist aber der Quecksilbergehalt sehr gering. Trotzdem sollte jeglicher Hautkontakt mit einer zerbrochenen Lampe vermieden werden. Das Quecksilber darf nicht eingeatmet werden oder mit der Haut in Berührung kommen. Der Raum muss ordentlich gelüftet werden. Der Raum muss ordentlich gelüftet werden.